Wie krass ist das denn? Das ist ja echt ne Burg. Hier und hier wohnt niemand. Hey! Scheiße. Ich will nicht mehr hier übernehmen. Können wir nicht fahren? Irgendwas ist hier! Was ist das? Ich bin noch ganz geredet. Hammer! Ich muss meinen Puls erstmal wieder runter kriegen. Danach kann ich wieder reden. Ich hab mich echt erschrocken. Es waren Szenen dabei, die sind schon durch den ganzen Körper gefahren. Das ist der Wahnsinn. Ich bin jetzt auch noch ein bisschen so Schliebehorrorfilmer. Der ist Bombe. Ich lass mich eigentlich schwer schocken, aber das hat mich jetzt wirklich richtig mitgenommen. Ich bin wirklich schon mit dem Tag richtig fertig. Ich war einfach nur froh, dass vorbei war. Und ich will jetzt ganz schnell nach Hause. Alle, die gerne Paranormal Activity oder so schauen, sollten sich den Film auf jeden Fall anschauen. Welch weiterhin auf jeden Fall. Ist was Neues. Horror aus Deutschland gibt es bis jetzt noch nicht. Schaut euch mal die Präsenz an. Schaut euch den Film an und geht ins Kino. Also ich habe mir fast in die Hosen gemacht. Und ich hatte Gänsehaut im Gesicht. Und mir ist jetzt total schlecht. Ich musste rausgehen. Mir wurde schlecht. Richtig, richtig, richtig gut gemacht. Fand ich sehr, sehr spannend. Sehr unheimlich. Sehr viel Knarzen. Sehr wenig Blut. Und alles spielt im Kopf ab. Und das ist super für so einen Film. wizard. Und das ist der Film. king. Untertitelung des ZDF, 2020